Willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein sehr spontanes Video. Und zwar geht es um das neue Update. Das Season 4 Update. Und zwar, wie ihr hier seht, kann ich keine Skins auswählen, weil ich immer in den Job gerufen werde. Deswegen wird das ein absolutes Wage-Spiel gegen Call of Duty Modern Warfare. Naja, okay, darum geht es tatsächlich nicht, aber würde ich am liebsten machen. Aber ich glaube, das mache ich dann lieber auf einer anderen Plattform, weil ich dann sofort gestrikt werden würde, wenn ich wirklich das sagen würde, was ich am liebsten sagen würde. Auf jeden Fall gibt es hier einen neuen Modus. Team Rumble. Und da kann man wohl irgendwie mit 64 gegen 64 spielen. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir ja mal direkt an. Und zwar stelle ich mir hier eine eigene Klasse dafür. Jetzt ist die Frage, was ich dafür ersetze. So, nehmen wir die Standard-Grau, wie ich die immer habe. Dann auf jeden Fall, was ich machen will, ist Overkill. Normalerweise habe ich immer Geist dabei, wegen Warzone. Also Überlebensmodus, Battle Royale. Und ich möchte jetzt zum ersten Mal einen Sniper dabei mitnehmen. Welche habe ich nochmal immer benutzt? Scheiße. Ah, die AX-50, das sieht sich am Level, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall Level 6. Man sieht schon, ich bin ein absoluter Sniper-Profi. Okay, auf jeden Fall nehmen wir dann... Oh, perfekt. Äh, Thermal. Ah. Ey, das ist ja richtig geil. Jetzt habe ich hier schon die ganze Aufsätze und so. Geil. Ähm, so, das ist jetzt unsere Klasse, mit der wir gleich spielen werden. Wie ihr seht, habe ich jetzt auf jeden Fall eigentlich nur die... Ich habe schon wieder den Namen, das haben wir vergessen. Guckt euch an, wie viele das sind. Auch für alle Leute, die es Warzone auch nicht runtergeladen haben. Äh, weil das ist ja kostenlos. Das könnte ja kostenlos spielen. Äh, Leute, das... 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 Oben, das Blinzeln hat mich gerade an einen Sniper, Renate. Lull. Wos, 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 wos! Let's go! Wieso habe ich den Kinn nicht bekommen? Ja, gut, da war man mega los. Ah, da laufe ich jetzt nicht, weil da so viele reinlaufen gerade. Ich laufe außenrum. Die werden sich jetzt voll auf die Stelle gerade rutschen. Ja, hier sind auch so viele, Lull. Wo zieht der hin, Alter? Ich sehe doch gar nichts. Oh, 100er Prizi, Alter. Man muss einfach nur die ganze Zeit auf die schießen, die gerade ist vorn. Zack. Ey, Junge, der war auch drauf! Ey. Oh, killen. Boah. Bisschen zu ihm, Team. Bei Team, halt, oder? Das ist aber nicht. Oh, was ist hier los, Alter? Ist ja mega funny, wenn die alle auf einen Punkt sind. Das Spiel, ich leck, wundert mich. Normalerweise leckt das ja öfter meiner Pre-Lobby, weil sie viele auf einen Punkt sind. Alter, wo denn? Oh, jetzt geht's ja nicht mehr lange, so. Jo. Ja. Jetzt auch nichts machen können. Ich bin wahrscheinlich genau über den Dementsprüchen gelandet. Ey, was macht denn der Krüger schon wieder da unten? Machen wir nicht so viel rum, like mal lieber meine Videos. Digga, ich hab die hunderte Prezie, aber holt mich trotzdem. Was ist das? Komm, wie er aimt, Alter. Und jetzt ich... Genau, er trifft die... Auf einmal, man hat eben gesehen, wie seine Waffe richtig verzogen hat, dann auf einmal nicht mehr, Alter. Ich hab gar nicht auf Seiten gedrückt, oder sorry, gell? Junge! Komm, ich will sehen, wie einer spawnt. Wer sind die denn? Da war Hitmarker. Das hat der gerade zwei... War das gerade zwei, die der geschluckt hat? Ja, der kommt von hinten an, ey. Immer sobald du zwei, drei Kilze machst, immer von der Seite, von hinten, von sonst irgendwo. Digga, was ist das für ein Modus, ey. Holy shit. Boah, stimmt doch. Also ich finde es echt schwierig, hier viele Kills zu machen, gerade weil es so übertrieben unübersichtlich ist und du wirklich von überall beschossen wirst. Zumindest in solchen Situationen hier. Wenn irgendwo hinten ein Snipes ist, dann natürlich auch nicht. Ja, Digga, wir sollten es holen. Nicht der Sniper, auch du Mist. Ich versuche hier eine Position zu finden, wo man ein bisschen was sehen kann, Alter. Ich sehe nur Leute, die sterben. Hä? Ich bin da noch im einen Busch, Alter. Einfach mal reinwerfen. Ah, guck mal. Ich gucke rechts hin, du siehst nur noch die linken der Dinger. Er guckt ja an, wie die in den Buschen hocken, Alter. Der ist tot. Sieht ihr, so geht das auch wieder, so ist das auch wieder geil. Hallo. Du musst umfallen, wenn ich dich treffe. Ja, moin. Meine Team-Mate sind schon alle tot. Ich bin noch nicht mehr gelandet. Da sieht man wieder, was Beziehungspieler so können. Junge. Hier sind auf jeden Fall viele. Ja, moin. Hat er mich gesehen? Hat er nicht. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Es war sowas von klar. Wow, 150er-Prixi. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Wo soll ich jetzt hingehen, Alter? Wenn ich von rechts rauslaufe, bin ich von links tot. Ich laufe jetzt mal hier, wobei ich hab gemockt, die ganze Zeit auf einen Punkt zu warten. Natürlich würde man so viele Klicks kriegen und bin nicht tot, aber es macht keinen Spaß. Ein Schuss. Ein Schuss. Digga, das waren keine mehr. Das war ein Schuss. Genau. Ich bin ein Wichser. Oha! Holy moly, boy. Holy moly, boys. Weiß ich folgte, so nachdem ich den Kill gemacht habe, wollte ich sofort in die Ecke laufen, weil ich wusste, da kommt euch da nicht, Alter. Direkt tot. Direkt. Direkt. Hat es maulig mitgeschossen. Ey, Mann, diese Dreckssniper, kann man bitte so einen Modus von der Sniper ausbringen? Das wäre auch ziemlich sick. Ach, Mann, dieser Bastard ist immer noch da unten wartet. Ey, das ist die gleiche Szene von eben, Alter. Da wartet die ganze Zeit und wartet, bis da jemand hört und dann rennt um die Ecke, Alter. Oh, schließt das Aiming hier. Ich muss ein bisschen zielen können, du Idiot. Oh, easy. Ich hab doch gezündet. Wieso gezündet das denn nicht, Mann? Ja, jetzt. So, das war jetzt meine erste Runde von diesem Spielmodus. Also das erste Mal muss ich sagen, die Idee ist ja gut. Allerdings muss man dazu wieder ein bisschen was ändern, weil ich bin da teilweise einfach vier, fünfmal hintereinander im Fallschirm gestorben. Oder genau in dem Moment, wo ich gelandet bin, kam so, kam dementsprechend nicht mehr ins Spiel rein und musste da irgendwie zwei Minuten warten, bis ich mal wieder richtig rumlaufen konnte. Natürlich hätte ich auch irgendwann spawnen können, aber das ist halt langweilig, weil ich will da direkt vorne rein. Also da muss man auf jeden Fall das irgendwie so ändern, dass man drei Sekunden Spawnshots hat, dass wenn man in der Luft ist, natürlich, aber auch in dem Moment dann auch nicht schießen kann. Das wäre eine gute Änderung. Und vielleicht auch mal einen Modus noch extra rauskriegt, der ohne Sniperzeit. Das wäre nämlich auch richtig geil, dann könnte man nämlich richtig gut rushen und man würde nicht ganz mit einem One-Shot von der Seite sterben. Weil dann müssen die Leute auch mal richtig aimen und nicht irgendwie mit dem Sniper ganz genau draufzielen, wo sie ganze Zeit haben. Ja, das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Ansonsten ist der Spielmodus, ja, wie gesagt, die Sachen mit der Sniper stören schon teilweise nicht sehr, aber ansonsten, ja, ist halt der Spielmodus, wie soll da sonst alles gespielt werden. Ja, dann würde ich sagen, bedanke mich für's Zuschauen und stay safe.